Hallo, was machen Sachen? Ja, lasst mal über Twitch-Emotes reden. Nicht nur, dass ich ein paar super süße Emotes für den lieben Ryoke-Kund zeichne, das war ein Auftrag von ihm. Ich habe ihn in der Beschreibung verlinkt, lasst mal liebe Grüße da. In solchen Streams, in denen ich Emotes zeichne, sind immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden. Ich dachte mir, okay, scheint hier irgendwo bedarf da zu sein. Ich packe das jetzt mal alles in ein Video-Format. Vielleicht hat ja jemand anderes auch noch Interesse daran oder hat sich ein paar Fragen gestellt. Ja, dann habe ich mir gedacht, mir gehen das einfach mal alles Schritt für Schritt durch. Ich packe das alles in Kapitel, also sollte dich irgendein Thema nicht interessieren oder zu einer bestimmten Sache nur was wissen möchtest, gehst in die Beschreibung, drückst die Kapitel an oder die sind ja auch auf der Timeline eingegrenzt, wie die Kapitel heißen. Suchst du dir dort aus, was du möchten möchtest und machst dann deine Dinge. Und für alle anderen, wir fangen einfach ganz von vorne an mit, was muss ich tun, dass ich erstmal Emotes hochladen kann, dann gehen wir halt über die Formatierung von den normalen Emotes, dann machen wir die Formatierung von den animierten Emotes und halt dann generell gehen wir nochmal über das Dashboard drüber für die Leute, die streamen und halt Emotes haben. Was kann ich tun? Wie ist was organisiert? Wo finde ich den ganzen Krebs überhaupt? So, das ist jetzt der grobe Aufbau von dem, was wir jetzt vorhaben. Gut, fangen wir am Anfang an. Was muss ich tun, dass ich die überhaupt hochladen darf? Also, was muss ich als Streamer tun, dass ich Emotes nutzen darf? Ganz einfach gesagt, alle, die den Affiliate-Status haben, haben auch die Möglichkeit, Emotes hochzuladen. Also, sobald du den Achievement erreichst, dass du den Affiliate bist und den Haken setzt für Twitch, job, ich bin damit einverstanden, Affiliate zu sein, hast du dann auch die Möglichkeit, individuelle Emotes hochzuladen. Du hast am Anfang ein paar wenige Slots nur frei und kannst dir dann halt quasi mehr erspielen. Es gibt Zuschauerpunkte, die kannst du dir freischalten, indem du zum Beispiel verschiedene Abos zum Beispiel hast oder so weiter. Damit schaltest du die Punkte frei und umso mehr Punkte du hast, umso mehr Emotes kannst du hochladen. So, im Prinzip ist das aufgebaut. Und das war auch schon das ganze große Geheimnis, wie man jetzt eigentlich den Status bekommt, die Emotes haben zu dürfen. Man muss Affiliate sein. So, okay, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind Affiliate geworden oder wir haben Auftrag bekommen für Emotes. Was müssen wir jetzt betrachten? Generell, wir müssen beachten, Emotes sind immer quadratisch. Ihr seht das auch im Timelapse bestimmt ganz gut im Hintergrund. Ich habe auch, obwohl das alles auf einem größeren Canvas ist, alles nochmal in kleine Quadrate unterteilt. Und jedes Quadrat ist quasi ein Mod. Ich arbeite halt gerne so, weil gerade bei Bündels will ich das halt alles, dass das ein bisschen besser zusammenpasst. Und so habe ich einen besseren Überblick. Wie ihr das am Ende macht, ist euch überlassen, ob ihr das alles einzeln mal oder ob ihr das auch so macht und dann später halt zusammenschneidet. Man kann ja dann halt, wenn es fertig ist, halt auch nochmal zusammenschneiden, die einzelnen Bilder. Ist euch überlassen. Wichtig halt, nur quadratisch. Wenn ihr fertig seid und raus speichern möchtet, speichert das bitte als PNG raus. Der JPEG würde auch gehen, aber mit der JPEG habt ihr keinen transparenten Hintergrund. Und die meisten Emotes haben ja diesen transparenten Hintergrund. Und eine PNG ist generell qualitativ immer besser wie eine JPEG. JPEG ist halt komprimiert sehr stark und die Emotes werden ja eh nochmal komprimiert, weil die sehr klein sind. Und daher kommen wir jetzt einfach mal zu der, wie groß muss das eigentlich sein? Man hat einen Spielraum von 112x112 bis 4K. Also ihr habt einen sehr weiten Spielraum, wie groß ihr zeichnen möchtet. Bedenkt aber immer beim Zeichnen. Es wird immer die größte Größe, die das Emote hat, sind 112x112 Pixel. Also das ist nicht viel. Es geht sehr viel Datei verloren. Das müsst ihr bedenken. Ich helfe mir da immer, dass ich halt eine Zeichenfläche habe und auf meinem zweiten Bildschirm habe ich das auch nochmal deutlich kleiner, dass ihr einfach sehen kann, kann man das eigentlich noch lesen, was ich hier zusammenzeichne. Das kann ich euch leider in dem Video nicht zeigen, weil ich habe nur eine Bildschirmaufnahme. Ja, aber meistens immer noch ein zweites Fenster, was kleiner ist, auf meinem zweiten Bildschirm drauf. Behaltet das im Hinterkopf. Wie gesagt, 112x112 Pixel ist die größte Größe, die ein Emote dargestellt wird. Und das ist eure kleinste Größe, die ihr haben müsst zum Hochladen. Alles, was kleiner ist wie 112x112 Pixel, könnt ihr nicht hochladen. Das Schöne ist, heutzutage braucht man das nicht mehr. Twitch hat einen automatischen Größenänderer, also ihr braucht nur ein Bild hochladen und Twitch generiert die passenden Größen daraus. Früher musstet ihr das selber machen, dann musstet ihr 112x112 Pixel rausrendern, dann das gleiche Bild auf 56x56 und dann dasselbe Bild nochmal auf 28x28 Pixel. Müsstet ihr nicht mehr machen, es reicht ein Bild, das mindestens 112x112 Pixel ist, das könnt ihr hochladen und fertig. Kommen wir zu den animierten Emotes. Hier haben wir zwei verschiedene Optionen. Wir haben ein einfaches animiertes Emote. Hier ladet ihr eine PNG hoch, also ihr ladet hier wieder ein Bild hoch und ihr bekommt von Twitch verschiedene Optionen, wie sich dieses PNG bewegen sollte. Das ist so das simpelste, was ihr machen könnt. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten wie hütteln, rave, rollen, reinrutschen, rausrutschen und so weiter. Das wird von Twitch übernommen. Option Nummer zwei, wir können selber was hochladen. Wichtig hier, wir können nur eine GIF hochladen. Wir können keine MP4 hochladen, wir können keine MOV hochladen, sondern nur ein GIF-Format. Die Bedingungen sind sehr ähnlich wie zu PNG, also wir haben den 1 MB, wir haben 112x112 bis 4K, was bei GIFs kompletter Blödsinn ist, sie so hoch rauszurennen. GIFs ist einer der wenigen Formaten, die davon profitieren, dass sie klein sind, weil man halt nur eine selbe Grenze Farbpalette hat bei einem GIF, also GIFs gerne ein bisschen kleiner, also die 500 Pixelbruch, die gar nicht überschreiten, lohnt sich bei einem GIF eher weniger. Wichtig ist hier, für alle Leute, die dieselbe animieren, das ist der wichtigste Punkt, nicht mehr wie 60 Frames, also ihr habt Pima Daumen, zwei Sekunden, je nachdem, ob ihr 25 Frames pro Sekunde nehmt oder 30 Frames pro Sekunde, diese 60 Frames dürft ihr nicht überschreiten, sonst könnt ihr die hochladen. Das ist wichtig, das ist das, was ich am Anfang sehr oft übersehen habe, weil ich nach Sekunden gegangen bin und nicht nach Frames, was halt nicht funktioniert. Guckt da beim Animieren sehr stark drauf, je nachdem, womit ihr animiert, könnt ihr das ja auch einstellen, maximal 60 Frames und dann hört das auf. Ja, das war halt wichtig, also gesagt, guckt auf die 60 Frames, Formatierung von 112x112 bis 4K wieder und ein Megabyte nicht überschreiten und es muss ein GIF sein. Auch hier gibt es wieder die automatische Größenveränderung, was uns vieles leichter macht und ja, vom Prinzip her sind die sich sehr ähnlich. Außer halt 60 Frames darf nicht überschritten werden, ansonsten. Ja, und das wär's auch schon, was die Formatierung von Emotes angeht, sowohl von den normalen als auch von den animierten. Ich hab das auch im Video bestimmt noch mal irgendwo draufgeschrieben, zur Not schreibt euch das ab oder so. So, jetzt haben wir uns erst Emotes fertig, der Part, der jetzt kommt, ist weniger interessant für Künstler, der richtet sich mehr an die Streamer, die jetzt zum Beispiel ganz frisch Affiliate sind und mir einfach mal gezeigt bekommen wollen, wo finde ich den ganzen Käse, weil Twitch hat jede Menge Krams im Dashboard, wo finde ich das, wie bearbeite ich das, die so ein bisschen in die Hand genommen werden wollen, um zu zeigen, hier, guck mal, das funktioniert so. Ich hätte mir das am Anfang auch gewünscht, weil ich bin auch so ein chronisch losster Mensch und verstehe Sachen nicht immer direkt, wenn es mich nicht anschreit. So, okay, der Part ist für euch, wir gehen jetzt quasi im Dashboard mal durch. Wo findet ihr den ganzen Krippes? Fangen wir erstmal damit an, wie komme ich jetzt eigentlich zu meinen Emotes hin? Wo ist das? Wo hat sich das denn versteckt? Ihr geht dann einfach auf euer Dashboard und unter dem Creator Dashboard sucht ihr den Punkt Zuschauerbelohnungen und dann der zweite Punkt, nennt sich Emotes. Da könnt ihr draufdrücken, da sind die Emotes. Ja, und dann bekommt ihr eure Emotes angezeigt, was ihr schon wie eingeordnet habt. Wenn ihr ganz frisch Affiliate seid, wird da wahrscheinlich nichts drin sein, ihr habt lauter vier-egge Kästchen mit einem Plus drin. Wenn ihr auf der rechten Seite den Pfeil mal anklickt, bekommt ihr auch eure Bibliothek, da ist jetzt halt in eurer Sammlung noch nichts drin, wir haben ja noch nichts reingetan. So, bevor wir jetzt aber hier irgendwas hochladen und einteilen, müssen wir noch eine Sache machen, wir müssen ein Präfix zuweisen. Ihr scrollt ein bisschen runter bei Opponenten-Emotes, da steht nach der Stufe 3 Emote-Präfix. Da müsst ihr euren Präfix halt eingeben, einfach das, was vor eurem Emote steht. Nutzt am besten euren Kanalnamen oder irgendwas, was in die Richtung geht, dass einfach auch Sachen leichter gefunden werden. Das ist halt das, was im Doppelpunkt dann steht mit dem Emote-Namen, dass man die halt über den Chat einfach eintippen kann. So, das haben wir jetzt gemacht, jetzt können wir Sachen hochladen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ihr könnt entweder auf eine dieser Rechtecke drücken mit dem Plus oder ihr geht bei der Bibliothek auf Neues hochladen, dort bekommt ihr gefragt, Standard-Emote oder animiertes Emote, jeweils auch mit den Zahlen angegeben, wie viele habt ihr hochgeladen, wie viele Plätze habt ihr noch frei. Ihr könnt mehr Sachen hochladen, wie ihr Möglichkeiten habt einzuteilen. Ihr spart ein bisschen was, falls ihr zwischendurch ein paar Punkte kriegt, müsst ihr euch nicht das Bild raussuchen, das schmeißt ihn dann schon einfach in der Bibliothek, weil ihr es hochgeladen habt. So, wenn ihr Standard-Emotes anklickt, bekommt ihr halt die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen. Ihr könnt entweder durch Track & Drop einfach das Bild draufziehen auf das Hochladesymbol oder ihr drückt drauf und sucht euch das halt händisch nochmal raus. Wenn ihr automatische Größenänderungen direkt anhabt, macht Twitch die restliche Arbeit und packt das. Ihr habt auch unten drunter nochmal alle Sachen zur Formatierung drunter stehen, die ihr einhalten müsstet. Twitch sagt euch auch, was nicht stimmt. Wenn ihr jetzt, sage ich, ein Bild hochladet, wo die Bilddatei zu groß ist, steht auch in einem Kasten. Er wird rot und steht drin, Bilddatei ist zu groß. Also ihr kriegt tatsächlich gesagt, was stimmt da nicht. Ihr gebt einen Namen ein und dann drückt ihr einfach auf hochladen. Wenn ihr ein animiertes Emote hochladen möchtet, läuft das fast genauso ab. Ihr geht auf neues hochladen, animiertes Emote und ihr startet meistens bei GIF hochladen. Wenn ihr ein eigenes GIF habt, packt das auch wieder Dragon Drop rein oder sucht das ja nicht raus. Ihr habt unten drunter auch nochmal alle Sachen, die ihr einhalten müsst für die Formatierung. Gebt den ganzen Namen, drückt hochladen. So, wenn ihr jetzt aber keine eigene GIF-Date habt, aber trotzdem ein animiertes Emote haben möchtet, es gibt noch einfache animierte Emotes. Das ist der Reiter Neva GIF hochladen. Dort könnt ihr eine PNG hochladen und eine simple Animation über Twitch auswählen. Ihr ladet was hoch, geht dann unter animiertes Emote. Da ist ein Kasten Animation wählen und dann gibt es mehrere Versionen, die ihr hier ausführen könnt. Drückt eine an und unten drunter wird euch ein Beispiel direkt gezeigt, wie es aussieht, wenn es animiert ist. Auch hier wieder Namen eingeben und dann könnt ihr das hochladen. Ja, soviel zu hochladen. Jetzt wollen wir das vielleicht auch ein bisschen zuweisen. Alles, was ihr hochladet, landet erstmal in der Bibliothek. Einfach auf ein Bild drücken, das ihr zuweisen möchtet. Dann geht ein kleines Fenster auf. Dort steht ihr als erstes den Namen. Dann könnt ihr einen Slot zuweisen. Sprich, wohin soll es gehen? Soll es kostenlos sein? Soll es Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3? Soll es ein Bit-Emote sein? Etc. Ihr könnt das einfach zuweisen. Jetzt kriegt ihr alles einfach draufklicken und kriegt ihr angezeigt, wohin. Dann kriegt ihr eine kleine Vorschau für Hellmodus und für Dunkelmodus. Und drunter ist Kanalzuweisung. Ich habe lange gebraucht, um verstehen, was da von mir verlangt wird. Das sind Credits. Also wenn ihr eure Emotes von einem Künstler habt und nicht selber gemacht habt, könnt ihr hier Credits geben. Dann kriegt der Künstler eine kleine Benachrichtigung. Hier, du, Kanal XY hat dich Credit. Stimmt das? Ja, nein? Und dann bekommt ihr halt einfach das Go einfach von dem Künstler. Und der Künstler kriegt halt auch nochmal extra Credits in dem Emote an sich. Eine schöne Sache. Hätte ich gerne früher gewusst, wusste ich seit heute. Da habe ich legit bei dem total herausgefunden, was es heißt. Ich habe das irgendwie immer übersehen. Ich weiß es seit heute, was es bedeutet. Wir haben alle was gelernt, oder? Wenn euch die Anordnung der Emotes, wie sie gerade bei euch sind, in den einzelnen Stufen nicht gefallen, ihr könnt die einfach nehmen und hier nun herziehen und an passender Stelle stellen. Ihr könnt die Zahl einfach auch ändern, indem ihr einfach eine andere Zahl eintippt. Wenn es ganz raus soll, einfach das X klicken, dann ist es weg und ihr könnt ein neues hinzufügen. Ja. Und das war es auch schon. Für alle die, die nur ein paar haben oder noch gar keine Emotes haben, ihr könnt das gleiche auch mit den Standard-Emotes machen. Bei meiner Sammlung gibt es noch den Reiter Standard-Emotes. Da könnt ihr eine Farbe festlegen und dann habt ihr hier auch verschiedene Emotes, die ihr erstmal nutzen könnt für den Anfang. Ist eine schöne Sache, einfach um keine leeren Plätze zu haben. Ist immer ein bisschen schöner, wenn man halt Fugen was drin hat, als gar nichts. Ist halt auch eine schöne Sache. Ihr könnt halt farblich euch einfach ein bisschen anpassen, was es sein soll. Grün, Blau, Gelb, Branche. Sucht es euch aus. Ja. So, und dann war es das mit den Emotes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe auch was während des Videos gelernt, was ich sehr lustig fand. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüß! Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüß! bis zum nächsten Video. Tschüß! Bis zum nächsten Video. Tschüß! Bis zum nächsten Video. Tschüß